Hallo meine Freunde auf MaverickTV und zwar eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst, ich habe es zwölf Tage ausgehalten und musste dann doch ins Wettbüro. Die gute, der erste Wettschein ist gleich ein Jackpot und zwar folgendes, folgende Spiele. New York Nix, Chicago Bulls, Phoenix Suns, Mavericks, über 206,5 Punkte meine Freunde. Schön abgesandt, hier läuft das Spiel noch zu Ende, steht 100, 1104. Ja, 2017 erster Wettschein, gleich mal ein richtiger Jackpot. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen, Peace Outer, euer Maverick.